Ey, willst du mein erstes Revier sehen? Ja. Okay, ich, äh, wir können ganz tief in die Lore gehen, wenn du möchtest. Okay. Okay, warte, wir gehen richtig deep rein, okay? Ich übertrage das ganz kurz, das ist ein bisschen chilliger so. Boah, jetzt bin ich gespannt. Also, pass auf, also ich zeige dir erst das älteste Video auf dem Papa-Platt-Channel, aber es geht viel tiefer, okay? Ich hatte vorher drei Channels oder so. Okay, pass auf, das hier ist das erste Video auf dem Papa-Platt-Channel, ich habe es vorhin schon einmal gezeigt. Ein gutes, altes League-of-Legends-Gameplay, Digga, mit meinen guten Freunden Foggy und Robin. Und jetzt guck dir mal an, wie unfassbar scheiße ich da aussah und wie unfassbar scheiße das Video ist einfach. Aber erst das Video direkt Facebook-Mas. Oh mein Gott. Damit fängt es einfach an, weißt du? Der Zuschauer entscheidet sich, ey, man, das guck ich mir jetzt mal an. Und dann kommt einfach er hier. Digga, wie laut. Und jetzt wird so, können so meine Homies, also da ist ein Homie-Mitarbeiter, der ist Robin, der stöhnt da einfach so, der hat immer so Vater-Neuses. Und ich weiß nicht genau, was ich da im Hintergrund mache, das habe ich in den Chat schon gesagt, Digga, höre ich da Radio? Was mache ich da? Habe ich da so durchs Radio durchgesappt? Digga, jetzt fange ich einfach an, so YouTube-Videos zu gucken, aber zeig es dem Stream nicht. Oh mein Gott. Digga. Aber auch deine, also auch visuell ist doch stark deine Cam, oder? Nee, du bewegst dich. Nein, die ist nicht stark, ich beweg mich einfach nicht. Du bist so still, du bewegst dich ja gar nicht. Guck mal hier, ich skipp von 0,4 zu 2 Minuten, okay, warte, hier passiert was, aber hier zu 1,40 oder so, es passiert gar nichts. Da, Bro, guck mal, ich beweg mich gar nicht, Digga. Es war für mich so klar, dass das gerade ein Standbild ist, eine Cam gefreezt ist. Nein, 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 das hier nicht. Ich habe mich einfach nicht, hast du da geatmet, I guess? Und dann ging es rein ins Gameplay, Bro. Digga, wir können alles ruhen schon. Ey, Mann, ich war einfach unfassbar hyped zu streamen, es war wirklich einfach geil. Ja, das war das erste Video da, okay, ich muss kurz einmal umloggen, warte mal, ich muss kurz einmal das wegmachen. Das ist auf einem anderen Account. Oh, boah, jetzt ist es richtig unangenehm, ne? Also ich hoffe doch, es kommt ein erwähmliches Let's Play. Wenn nicht, bin ich enttäuscht. Ja, es gibt eins. Was haben wir hier, absoluter Hit? Oh, Bro, das ist so cringe, holy shit. Holy shit. Oh, Digga, ich kann dir das nicht mit Ton zeigen, es ist zu cringe. Ey, come on. Es ist zu cringe, Bro. Oh, Digga, das geht, oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Wer ist er, Bro? Holy shit. Ey, back in the days, Jep. Back in the days. Digga, damals im Hintergrund ein Bild aufgehangen. Alright, heute pengen die mich, Alter. Holy shit. Start it from the bottom. Start it from the bottom. Oh, Bro, ich kann mir das nicht reinziehen. What the fuck? Oh mein Gott. Ja, lass uns das jetzt angucken, wir müssen. Oh mein Gott, nein, ich, ey, oh, for real, ich schaff das nicht. Ohne, ohne das Video wärst du nicht der, der du heute bist und du wärst nicht da. Nein, 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 nein. Ich, ich schaff das nicht. Wir gucken die erste Minute, wir gucken die erste Minute. Nein. Oh Gott. Oh, nee, 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 ich kann's nicht, ich, ich schaff's nicht. Nein, 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 wir können das nicht gucken. Doch. Nein, 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 nein. Ich krieg das nicht im Raw. Ich krieg das nicht verarbeitet, Bro, das ist, das ist zu viel, Digga. Das sind unfassbare Schmerzen, ich kenn das nicht. Digga, das Ding ist, wenn ich das jetzt angucke, weißt du, dann muss ich mich wieder von irgendwie Isa anhören, die guckt das halt auch und dann landet es wieder bei Satah Hugo, das ist wieder mega unangenehm alles. Wir respektieren das alle und wir machen daraus, wir machen uns wieder nicht drüber lustig. Oh, das ist so fucking unangenehm, Bro, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Doch, das war Teil, das war Teil von dir früher, denk mal drüber nach. Ja, aber, aber das ist noch unangenehmer als die Sachen, die ich wirklich als allererstes gemacht hab. Nein. Das ist voll in Ordnung. Ey, ich muss das muten für mich einfach. No, du, ich hab's nicht. Aber ich darf's ja hören. Ich stelle mich mal so vor. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das nenne, aber ich hab jetzt hier so ein Fakt zu bauen. Stig, ich kann's nicht. Können wir's abbrechen, bitte? Nein, nein, nein. Es ist wichtig für deine Personality, wir sind hier bei der Sitzung gerade. Ich liebe Sinis. Oh, Bro, ich kann's nicht, ich kann's nicht, ich kann's nicht. Nein, nein, das ist Teil von Placement, das ist Teil von mir, das ist gut. Ich kann's wirklich nicht. Nein, das ist echt gut. Nein, nein, wir müssen abbrechen, Leute. Nein, auf jeden Fall müssen wir das jetzt angucken. Stig, hör auf mich, du Gaslighten. Okay, entweder du bringst, wir brechen es jetzt ab und du machst das Video auf nicht gelistet. Ja. Oder aber wir gucken es uns jetzt an und du darfst es auf privat lassen. Warum hab ich diese zwei Auswahlen? Warum ist das die Wahl? Weil du heute Podcast-Millionär wurdest. Ach so, ach so, ach so, nein, nein, noch nicht. Noch nicht, okay, okay. Der war früher, so sah er früher aus, er sagt es so, heutzutage sagt er, noch nicht. Ich hab Stigi früher erzählt, äh, nee, früher, Digga, gestern, gestern erzählt, dass ich heute einen wichtigen Edeltalk-Termin hab. Ja, Bro, wir können es halt nicht weitergucken, ich kann's nicht. Ja, okay, dann, dann machen wir es so, dann zahlst du heute auch nochmal 400 Euro obendrauf und dann gucken wir es trotzdem. Hahaha, so, ja, ey, mega geil, lass das machen. Alter, das Cine-Minis ist einfach der Hammer, weißt du? Oh, mein Gott. Das geht ja schon rein, so geil. Oh, ich muss noch skippen, Bro, I'm sorry. Nein, 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 lass das, lass das, lass das. Warum? Ey, Cine-Minis sind leider echt geil, ne, aber die sind leider von Nestle, Mann. Ist doch damals egal gewesen, damals gab es eh kein Wasser, jetzt mach weiter. Das geht ja schon rein, so geil. Mit Milch rein und so und. Oh, geilste, ey. Besten überhaupt. Oh, ist das so lang genäht, Digga. Tresor, Kabel aus Kinosummen, so. Oh, nee, ey, Bro, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ist es nicht. Nein, das ist gut, das ist gut. Oh, shut the fuck up, Stiggy, wirklich. Kennt er sich an. Oh, Cluster Schoko. Was ist Cluster Schoko, Bro? Auch von Nestle, mega geil. Let's go, der Nestle-Boss, Digga. Die besten Sachen, die es gibt. Fuck Nummer zwei. Ich hasse es, wenn du nicht. Boah, ich kann's nicht gucken, ich schaff's nicht. Doch, hä, warum, wir sind bei fuck zwei, es gibt nur noch dann, was? Bro, es gibt zehn Fakten oder so, acht Stück. Ach, eben sechs weitere, ist doch nicht schlimm. Ja, okay, oh mein Gott. Ich lasse es über mich dann gehen, ich stoppe mich noch weiter. Oh, 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 oh. Ohne das wärst du heute, doch, du kannst ruhig stoppen und das nicht schlimm. Weil dann zieht es länger, fềnst du es für Crackspy gut. Das, ähm, ohne scheiß. Ich meine, das Ding ist halt, ich bin ja trotzdem da, wo ich jetzt bin, right? Das meine ich ja. Ja. Nicht alles, scheißegal, was ich machen will. Wenn die Milch alle ist, Alter, wie hieß denn das? Oh mein Gott, digga. Mach den Art einfach. Fuck Nummer drei. Was ist das? Ich bin so eine Faulso. Ja, thanks, Bro. Ich mach nischt. Ich weiß nicht, ob Schule ist. Oder Zimmer aufräumen. Hier, Zimmer. Oh, warte, ich zeig mir Zimmer? Hä, geht doch! Ist heute schlimmer. Ist viel schlimmer geworden, Bro. Mega solid. Mega solid, Bro. Digga. Du, da hier auf meinem Tisch liegt noch so ein entspanntes Mr. Tom. Kennt ihr das? Ja, ja. Übergeiler Riegel. Wahrscheinlich auch Nestle, egal. Ja, true. Ich liebe Fertigessen. Ihr müsst euch einfach mal diesen Fertigmilichreis holen. Oh ja, oh ja, big facts. Kennst du den? Welchen? Alter, Fertigmilichreis aus dem Tetra, Junge. Bro, er hier. Von Milram, Junge. Bruder, den hab ich mir schön einfach in der Pause hab ich mir den bei Ediger gekauft, oben aufgemacht und einfach gegessen, Bro. In der Pause. Nee, das kenn ich echt nicht. Ultra geil. Ja, hart. So geil, ich schwör einfach. Fertig, Pfannkuchen. Pfannkuchen auch krass. Das hab ich früher auch immer richtig gegessen. Kennst du die? Welche? Diese hier. Wollt's international direkt sein, so für ganz Deutschland. Ja, 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 ja. Bro, genau diese hier. Nee, kenn ich auch nicht. Die sehen so reulich aus, aber die sind so geil. Aber schmecken die echt gut? Äh, ich fand die sehr geil, ja. Aber die sind nicht so gut wie selbstgemacht halt. Und die sind halt nicht warm oder hast du die erhitzt? Äh, doch in der Mikrowelle. Achso, okay. Wirklich ungeduldig. Man sieht ja auf dieser Anzeige von der Mikrowelle. Hm, true. Eine Minute, 26 zerquetscht. Keine Ahnung. Warum Berlin ja nicht, Bro? Ich kann nicht warten, bis diese eine Minute vorbei ist. Ich bin ja dann einfach schon nach 30 Sekunden raus oder so. Oh, das ist so unangenehm, Bro. Aber das fühl ich, glaub ich, immer noch. Ich glaub, keiner weiß, wer hier fantastisch ist. A-Mann. Der die ganzen Aussagen immer bestätigt und sagt immer, Jaja, genau das. Genau das. Du hast voll recht. Ja, ja. Endlich sagt's mal einer. Nur, dass das zehn Jahre her ist, auf Montemach zu machen, bei so Sachen, die so eine Woche alt sind. Ja, okay. Aber das ist eh perfekt. Ich reg mich jedes Mal auf. Es ist jeden Morgen das Gleiche. Weißt du, ich mach die, fühl mich so, ah, keine Ahnung, und dann denk ich mir so, boah, jetzt geht die, heute werden die richtig gut. Ja, Mann, die sehen richtig gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Plötzlich ist alles verklebt, Alter, keine Ahnung, was ich da falsch mache. Oh mein Gott. Ey, aber Prisur damals besser als heute, Bro. No joke. Ich meine, jetzt gehen sie gerade irgendwie, weil ich gerade Haare gewaschen habe. Aber, ne, Mann. Ich hatte auch damals immer, also heute ist es noch schlimmer, aber damals hatte ich auch schon immer so weiße Scheiße in meinem Mundwinkel. Oha. Ist das cringe. Ist das cringe. Aber so wie er aussieht, kann er ja nur einen Glowdown gehabt haben. Decker. Bevor jetzt alle wieder sagt, ey, du bist schwul, Decker. Okay, okay, wir müssen die auswarnen. Ich weiß nicht, was ich hier noch gesagt habe. Ne, weiter gucken. Nein, nein, ich habe keine Ahnung, was ich hier gesagt habe. I don't know, Bro. Ich glaube, ich habe nichts Schlimmes gesagt, you know. Aber zu der Zeit ist man halt oft, also so, weil so, dass so, dass man so tanzt war, so haben alle so mega, da war so gay eine Beleidigung einfach. Ich weiß nicht, wie es heute in der Schule ist, aber damals war das auf jeden Fall ein Ding. Und man muss sich das übelst oft anhören, you know. Naja, glaube ich auch. Aber deswegen glaube ich, wenn du sogar verteidigst, das wäre glaube ich sogar ein bisschen. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, das ist so cringe. Ey, du bist so schwul, ey. Ey, du bist so schwul, ey. Ich schwör. Okay, wir müssen noch skippen, Bro. Das ist einfach die beste Sache auf der Welt. Ich liebe Dubstep, Alter. Das ist so geil. Ich liebe Dubstep. Einmal auf meine Facts. Digga. Ich liebe Dubstep. Oh mein Gott. Einfach rausgehauen, Bro. Ey, ihr checkt das nicht, ne? Ihr denkt nicht, ich äckte gerade und so, dass mir das unangenehm ist. Ich guck mir diese, ich hab mir diese Videos selber nicht mehr angeguckt seit neun Jahren oder so, ne? Ich seh das auch gerade zum ersten Mal. Ich finde das so unangenehm, ich könnte mir das nicht mehr privat reinziehen. Bro. Aber außerdem, ich liebe Dubstep. Ey, aber damals Dubstep UKF war krass, Bro. Oh mein Gott. 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 What? Ne, nicht skippen. Nicht skippen. Hallo. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Ist das cool. Ich liebe Dubstep, Alter. Ey, ich hab zugemacht. Ich hab zugemacht. Ich hab zugemacht. Okay. Oh cool. Oh mein Gott. Du kannst einfach abschmecken. Was dachte ich da, Bro? Es ist wie ein Orgasmus Dubstep. Es ist so. Oh mein Gott. Spannend. Oh. Oh, oh. Schwieriges Wort mal wieder. Klassiker. Ey, save it off das Wort behindert gesagt. Da könnte ich fast drauf wetten. Ja, zehn Jahre. Ja, das war leider noch mal. Boah, krasse Wort. Boah. Boah. Jawoll. Oh mein Gott. Alter, ich top alle Videos, die ich heute gefunden habe. Oh mein Gott. Übercruel. Alright, alright. Wir brechen hier ab. Wir brechen hier ab. Nein, nein, nein. Hallo? Warum? Es ist vorbei, ich Dig. Es ist vorbei. Nein, nein, nein. Verlass den Kanal nicht. Kevin Teller, bleib da. Kevin Teller. Ich bin nicht mehr Kevin Teller. Ich bin Papa Platt. Bleib doch da. Jetzt bist du reich, Digga. 3,3000. Holy shit. Oh mein Gott. Er flexit aber auch so aufs Nebenher. Er will dir das so kurz zeigen. du musst auf jeden fall weiter gucken ich will das autos sehen und so und ob ich abonnieren muss liken muss ich checkte gar nicht das ist ja auch nur das erste video da gab es ja noch ganz viel anders oder nicht der swagger guide der swagger guide der swagger guide erstes video erst wieder so allein und so gibt mir einen daumen hoch wenn es gut ist wie viel gab es es gab es kann man die noch nicht gut ist aber wir gucken mal die analytics rein was da abging watch time ist okay bro ist wirklich nicht schlecht könnte schlechter sein ich habe 54 abonnenten dadurch gemacht ne hallo noch nicht weg machen ich kann ein paar videos davor noch zeigen also wir können vielleicht noch eins oder so gucken ich will noch ganz kurz beschreibungen zu lesen von dem video und so also ob du halt schon so gebetet hast und so mein erstes video auf youtube bitte seid eure ehrliche meinung zu diesem video da ich mir nicht sicher bin ob es eher gut oder eher schlecht ist der unsichere boss der unsichere boss aber kommentare deaktiviert weil dann doch lieber niemand sagen nein 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 das ist nur weil ich es auch privat gestellt das ist nur weil ich da zu sagen ich hab mir fans als du ich kann mich eigentlich nicht beklagen nur ein fachlichen Tag erfüllst du dir ein ohne mich wärm deine Runde